Mein Arbeitgeber ist die ÖPP Postbus und wir kümmern uns um den Transport der Gäste. Wenn ich an den Postbus denke, dann fallen mir da einige Werte ein. Ganz groß steht für mich die Gleichberechtigung. Weiter in die Rückführung sind ganz stark in der Digitalisierung drin, wenn man jetzt einen Lenker-Cockpit bekommt. Arbeitsklimamäßig muss ich sagen, hat sich wirklich viel bei uns getan. Also so ein Klima, wie wir es mittlerweile haben, habe ich selten gesehen. Wenn man Hilfe braucht, dann kriegt man auch Hilfe. An meiner Arbeit macht mir am meisten Spass. Das Arbeiten im Team. Ich bin einfach wahnsinnig gern unter Leid und natürlich auch das Fahren. Das ist der Hauptgrund, warum ich beim Postbus angefangen habe.